Wir sind eine international tätige Wirtschaftskanzlei und ich muss daher Rechtsberatung geben in drei verschiedenen Sprachen, Italienisch, Deutsch, Englisch. Unsere Kunden haben meistens wenig Zeit und brauchen alles ganz schnell. Es gibt sehr viel Korrespondenz und Verträge zu schreiben und damit die Juristen und die Rechtsanwälte in unserer Kanzlei sich auf ihre Rechtsberatung und auf das Kommunizieren mit dem Mandanten konzentrieren können, ist der Workflow so organisiert. Wir verwenden diese digitalen Pocket-Memos, da können wir lange Verträge oder E-Mails und sonstige Korrespondenz diktieren. Ich stecke das dann in meine Dockingstation, die ich hier habe und das landet sofort im Sekretariat. Das ist so automatisiert. Nach zwei-, dreimal Diktieren denke ich nicht mehr darüber nach, ob ich das rauf- oder runterschieben muss, sondern es passiert alles gerade automatisch. Mit dem digitalen Diktieren ist es wirklich viel leichter zu verstehen, was die diktierende Person sagt und die Audioqualität ist unvergleichbar, wenn man die alte analoge Kassette betrachtet. Und es ist auch für mich übersichtlicher, weil ich sehe alle Diktate, die auch geladen werden im Programm und ich sehe auch die Länge der Diktate. Mit dem digitalen Diktieren ist auch die Archivierung sehr einfach, weil es läuft alles automatisch. Also die Diktate, sobald sie fertig transkribiert worden sind, werden sie auch gespeichert in dem Archiv. Also es ist alles wirklich praktisch und schnell.